Der hartnäckige Gehirntyp. Bei diesem Typ zeichnet sich extrem viel Bewegung im anterioren, zingulären Kortex ab. Diese Menschen sind sehr willensstark und häufig stur. Damit sie sich glücklich fühlen, brauchen sie Routinen und das Gefühl von Kontrolle. Mit plötzlichen Veränderungen kann der hartnäckige Typ schlecht umgehen. Außerdem tendiert er dazu zu grübeln. Viertens, der balancierte Gehirntyp. Durch seine symmetrische und ausgeglichene Aktivität in allen Bereichen ist dieser Gehirntyp in Balance. Menschen, die diesen Gehirntypen haben, sind fokussiert, organisiert, flexibel und emotional stabil. Sie tendieren dazu, überwiegend glücklich zu sein und sich nicht so schnell aus der Bahn werfen zu lassen. Fünftens, der vorsichtige Gehirntyp. Der vorsichtige Gehirntyp weist am meisten Bewegungen in den Basalganglien und in der Amygdala auf. Wenn du diesen Gehirntypen hast, bist du vermutlich immer gut vorbereitet, zuverlässig und neigst gleichzeitig zu Ängsten. Du liebst es, Aufgaben überpünktlich fertigzustellen, machst dir vor wichtigen Entscheidungen eigentlich immer eine Pro-Contra-Liste und bist dann glücklich, wenn du dich sicher und geborgen fühlst. Was du dagegen vermeiden solltest, sind Stress und Chaos, eine zu lange To-Do-Liste und auffühlende Nachrichten. Zu welchem Gehirntyp gehörst du?